und ein herzliches willkommen zurück zur weitenkampf hier bei super smash boss ultimate auf der nintendo switch mit mir voll über youtube let's play es als hobby und meiner präne platz ist jetzt nur ein gegner noch bei uns oder nicht okay ein gegner hammer es ist ein kamo kli mit olima jeder drei leben ok hast du mal auch damit ouch oh ja oh 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 Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Viel Spaß. Tschüss.